hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge conan exiles mit der mod age of kadimitus ich habe gestern noch ein bisschen gems gefahren zweimal war ich noch da wir haben jetzt 126 unser bärchen ist jetzt fahrte level 5 ohne ich würde sagen lassen wir auch erst mal hier stehen dann geben jetzt einmal zum schreien und klettern danach noch mal auf den baum ja soweit erst mal der plan für heute und danach noch mal was passiert weil jeder schreien ich werde mir das irgendwann merken ganz bestimmt hatte ich den schreien ganz unten gott tatsächlich gucken weil beim ersten mal da ist geht immer noch schneller als darüber zu hüpfen wir wollen also werden 126 mal gucken wie viel überbleiben you've ascended wir sind aufgestiegen das waren jetzt ja eine menge irgendwann um die 70 so dann jetzt zurück jetzt wie stormfall stadt oder so hatte ich den genannt ich vermute da gucken ob ich gut geraten habe ich nicht sagen wollen so dann gehen wir mal da oben wow war ganz schön kniepig heute 20 silberlinge waren sie schon ganz schön geizig ich hoffe das funktioniert jetzt so vielleicht hätte ich natürlich jetzt auch wieder mein ding da erst aufwerten müssen in den dingen habe ich heute überhaupt mit also hier sowas hier habe ich gar nicht ne habe ich noch gar nicht hergestellt oder hier sehr schön kann ich noch mehr lernen das ist immer der gleiche smooth 2 so nein nicht smooth a single target okay na gut dann gehen wir jetzt erstmal wieder nach hause und dann gucken wir mal der baum hört sich komisch an als wenn er hohl wäre ich nehme an ich brauche gems ne kann ich ja nicht allzu viele heilsauber herstellen na wir sehen vielleicht muss ich dann einen break machen in der aufnahme und ein paar gems besorgen und wenn wir dann heilen können dann gehen wir wieder weiter weiter auf die blut magie würde ich sagen ähm so jetzt muss ich aber erstmal das ding hier herstellen wo habe ich denn das buch schon wieder wo habe ich denn das buch schon wieder Tom of Earth Element das ne da kann ich das jetzt doch eigentlich auch lernen ne ja so wo habe ich denn jetzt das buch Ach, guck mal hier. Oh ja, heile Mensch. Jetzt weiß ich es wieder. Ich hatte ein Cornuxium-Barren hergestellt. Und ich wusste nicht, wofür. Wo ist er? Oh, habe ich das mittlerweile schon wieder? Ich hatte doch einen hergestellt. Da. Und ich hätte vergessen, wofür. Wundert keinen, ne? Na, ich weiß. So, das Erdbuch. Wo habe ich das Erdbuch hingetan? Hier. Wo kann ich das denn hingelegt haben? Da? Ah. Herstellen. Zwei brauche ich dann. Die müssen wir herstellen. Alles andere sollten wir haben. Ja, die haben wir auch. Sehr gut. Cool. Dann können wir zwei auch dritte herstellen. Wie weit sind wir denn hier? Hier haben wir drei. Vier können wir noch nicht, weil... Weiß ich nicht. Wissen wir vier nicht auch schon lernen können? 131 sollte ja eigentlich reichen, ne? Wir gucken gleich mal. Boah, wie eigentlich mein Feuermesser. Ist das hier drin? Stecken die? Nö. Brauche ich hier mitrollen. Drei, 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 vier... Warte, dauert der wieder. So, Feuer sind wir offiziell durch. Stufe vier erreicht. Yay. So, S1 haben wir. S2. Ja, jetzt fehlen das aber Flaschen, da bin ich mir sicher. Ja. Äh, 21. Ich weiß noch nicht, wer die so schön gedroppt hat. 21. Uff. Du fällst. Backman of Purity. Ach, guck mal da. Äh, 105. Äh, was für das war's? Bluebell. Äh, mmh, mmh. Schmeiße ich den einfach in den... ...Dings hier rein? Nein, nicht so viel. Ähm. Okay, das gibt es ja jemanden... ...me Minen. können wir mal wieder nachlegen in der zeit zwei stecks hier um die base kümmert mich die letzte zeit irgendwie gar nicht die würde ich schon mal raus 21 ich bin ein troll was hab ich gesagt wie viel brauche ich und erlaubt was ne 120 Oh Gott, Blut, Bell plant, Hammer. Oh Gott, Blut, 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 Blut. Blut, 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 Blut. Ja, nur die 21 Dinger. Blut, 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 Blut. Blut, 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 Blut. Blut, Blut. Blut, Blut. kriegen wir aus jeder kommt dann noch 3600 raum ja gut da muss ich nicht mehr einlegen ob das dauert natürlich ist noch ein bisschen und die wieder weg wir haben 131 special item keine ahnung wird ist die könnten wir auch mal quetschi quetschi machen und dann gehen wir jetzt noch mal in der zeit wo das hier durchläuft würde ich sagen zum gut magie schreien gucken mal die 131 reichen oder nicht ist er da war ich nicht okay wahrscheinlich 150 oder so das heißt wir müssen auf jeden fall noch mal dann wissen wir nicht aber wir gehen da noch mal zum devil mountain da muss ich den aber auch schon mal wieder das kostet mich die reparatur elakin powder ich das hier irgendwo bestimmen ja einer reich wenn man den auch wieder repariert ich glaube stufe drei kriegen wir jetzt erstmal nicht ach ja die müssen wir auch noch herstellen grüßen water flaschen die schmeißen die jetzt aber gerade ein bisschen zurück würde ich sagen ja ich würde fast sagen warum nicht mehr ich würde jetzt immer warten bis der schlüssel ammingen durchgelaufen ist tja vier von einundzwanzig ich glaube das dauert jetzt noch einen moment 1.700 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 Okay, mehr nicht. Das ist nicht so beeindruckend. Beeindruckend, aber ich glaube, umsonst für unseren Geistessuchstand. Ja, was machen wir denn jetzt Schönes? Ich muss mir gleich mal einen Zettel und Stift schnappen, wie viel ich jetzt hier insgesamt brauche. Weil wir brauchen ja nicht nur die Fläschchen jetzt um den Zauber zu erhöhen, sondern auch um uns die Heilung herzustellen. Aber andererseits müssen wir jetzt nicht unbedingt Stufe 3 haben, oder? Erhöht sich der Gehalte Wert dadurch? Wahrscheinlich. Und wir haben knapp die Hälfte. Knapp die Hälfte haben wir. Ähm. Ich brauche. Warte mal. Warte doch mal. Was brauche ich denn? Äh. Nein. Stöckchen und normale Ziegel. Äh. Äh. So. Ich mach jetzt mal Malstein hier hin. So. Ähm. Wie. 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 Ja, ja, die Bücher sind. Oh, man. Oh, Lord. Es wird noch einen Moment dauern, bis wir da soweit sind. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich oder wie ich es mache, weil wir heute nicht wirklich viel gemacht, ne, ich meine schon, aber ist ja irgendwie so gar nichts passiert. Ich weiß noch nicht, ob ich es zeitlich schaffe, das ist mein Problem gerade. Mach doch mal alle. Ich weiß nicht, ob ich es zeitlich schaffe, dass wir gleich noch ein bisschen losziehen. Ähm, ich würde es mal so sagen, wenn ich es gleich noch hinkriege, nachdem ich hier durch bin, dass wir noch hochgehen zum Devil Mountain, melde ich mich gleich nochmal zurück. Ansonsten, ähm, ja, müssen wir das leider auf die morgige Folge verschieben. Äh, ich weiß es noch nicht, ob ich das gleichzeitig noch hinbekomme. Für den Fall das nicht, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. War heute leider eine etwas ruhigere Folge, wenn wir uns nicht mehr wiederhören. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Hab's gleich. Box. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.